Musik Goa, das Party-Paradies! Und Hunde-Paradies! Und heute, wir fangen hier an zu Nagonda und wir wollen mal berichten, wie die Party-Söhne in Nagonda ist. Die Party-Söhne in Nagonda ist, wie die Party-Söhne in Nagonda ist, wie die Party-Söhne in Nagonda ist. Armin! Armin, Armin! Hello, hello, where are you from? I'm from Germany. From Germany? And what do you do here? I'm making Fiesta. Fiesta? Und eine Fiesta Grande. And why? Why? What's that for a question? Cheers! Man kann es im Rechner anschließen und dann... Ich kann es auch in meiner Nase anschließen, wenn du möchtest! Ich brauche es nicht machen! Kann ich aber! Wer bist denn du? Klaus! 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 Wo machst du her? Aus Niederschindmaß! Und was machst du so den ganzen Tag? Bier trinken! Noch was? Ich glaube ich Bier holen! Und mit wem bist du hier? Und ich tue auch mal meinen Solar drehen! Kann ich erst mal sehen, wie du deinen Solar drehst? Nein, heute ist nicht Solar, heute ist Generatortag! Oh, ist das so ein Unterschied? Ja, das ist ein großer Unterschied! Und wo drin? Da drin, dass ich das Solar nicht drehen brauche! Und steckst du dir auch deinen Solar in die Nase? Nein, das ist zu groß! Ich glaube, der filmt die ganze Zeit! Du hast dran mal richtig rein, dass du den gehst! Also mehr geht nicht! Mehr geht wirklich überhaupt nicht! Okay, wir werden weiter draußen die Pater heute interviewen, bis sie mitkommen! Sauber! Mindy! Ja! Very famous Partygirl! Very famous Partygirl from? Äh, Zwickau! Zwickau in Germany! Zwickau! Mindy! Hello! How are you? Unser kleines Statement! Ein was? Statement! Mein Statement! Was hast du für ein Statement gesagt? Boah, Boah, M-B-U, ja! Ja? Ja! Warte, 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 warte! So, dann haben wir hier noch eine Dame, die hier im Crocs tanzt! Ähm, sind das deine Tanzschuhe? Ja, auf jeden Fall! Total bequem und man wird hier auch durch, dass ihr hier auf dem Strand fertig ist! Hast du die hier gekauft oder wo? Nein, das ist aus Berlin und altkartig! In ihrer Gestalt! Und sind sie dir schon mal geklaut worden? Nein! 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 Wir stellen fest, Melli hat scheinbar Fußpilz! So! Wir gehen weiter! Und treffen und treffen und treffen und treffen und treffen und treffen und treffen! Hier den Pannenbruch! Weil es kein Schnee ist! Schnee! Kein Schnee! Ich, ich, ich hab alles zu sagen! Hier liegt alles voll Schnee und hier regnet und es ist ganz schlechtes Wetter! Minus 10 Grad! Furchtbar! Hier? Wir müssen halt Schneeschippen noch! Ja! Wirklich! Ja! Ich war kurz in Deutschland! Hab ich geschaut! Und? Aber hier nicht mehr! Hier alles schön? Ja, außer die Ender und die Polizei und so! Ja, wie warst du mit der Polizei? Die mag uns nicht ganz so! Die wollen immer MPU machen und so! Wurde man nicht das? Ja, ich bin ja nicht Goa, Goa, MPU und so! Was gibt's hier zu lachen? Ich zeichne auf! Guck hier! Guck! Hier! Ich zeichne auf! Ich würde sagen, wir beenden hier mit die Live-Übertragung aus Goa und gehen zurück ins Studio!